Hey Lovelies, herzlich willkommen zum Anima-Orakel. Bevor wir starten, habe ich natürlich wieder was zu sagen. Ich möchte kurz auf zwei Kommentare eingehen. Ich mache euch in den ersten Kommentar unterm Video, schreibe ich die Timestamps rein. Das heißt, wen es nicht interessiert, der kann dann direkt vorspringen zum Reading. Ich starte mit dem Kommentar von der Marlies. Marlies, meine Liebe, du hattest kommentiert unter dem Video, was verbirgt dieser Mensch vor dir? Jetzt muss ich kurz runterscrollen. Hier, leichte Trigger-Thematik. Du schreibst unglaublich, was dieser Typ sich erlaubt hat. Ich hoffe, dass er einen Denkzettel bekommt. Du sprichst nur von ihm und wünscht ihm alles Liebe. Aber wie es mir dabei geht, danach fragst du nicht. Liebe Marlies, du glaubst gar nicht, wie ich dich gefühlt habe beim Lesen dieses Kommentars. Also in erster Linie natürlich dieses Reading. Ich habe die Botschaft gelesen, in der Energie, wie sie gefallen ist natürlich. Und hier ging es um den Herzmensch, um das Gegenüber. Ja, muss jetzt nicht unbedingt liebestechnisch partnerschaftlich sein, kann ein jegliches Gegenüber sein. Das heißt, ich habe hier die Energie des Gegenübers gelesen. Ich habe geschaut, was hier Sache ist. In diesem Fall war natürlich du oder deine Energie, war hier nicht der Mittelpunkt oder war hier nicht das Thema. Und weißt du, ich bin so, ich empfinde Mitgefühl für jeden Menschen, der in so einer Situation ist. Weil ich diese Situationen kenne. Ich kenne diese Prozesse. Ich kenne diese Tiefe. Ich kenne diese hässliche Gulligrube. Und ja, Wachstum und Fortschritt tut so unheimlich weh. Kennst du sicherlich auch. Du hast ja dann auch geschrieben, du arbeitest auch selber spirituell und an dir und sowas. Ja, von dem her, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kenne es. Und natürlich ist es nicht egal, was dieser Mensch dir angetan hat. Ja, ich meine, wir haben alle mal irgendwem etwas angetan. Wenn auch nicht in diesem Leben, dann in einem vorigen. Deswegen habe ich aber jetzt mit dir genauso viel Mitgefühl wie mit deinem Gegenüber, den dies vielleicht betrifft, diese Legung. Weißt du, was ich meine? Also sei mir bitte deswegen nicht böse. Ja, es hat mich sehr berührt, weil ich habe die Wut und den Schmerz in diesem Kommentar wahrgenommen. Ich sehe dich. Und wie gesagt, ich habe hier für alle Parteien, habe ich Mitgefühl. Egal, wer was gemacht hat. Wir sind alle nicht frei von Schuld. Okay? Also in dem Sinn, wenn man es so sehen möchte. Also ich hoffe, es hat dennoch in dir gearbeitet oder beziehungsweise diese Trigger-Thematik, dass du damit in den Frieden kommen kannst oder mit mir in den Frieden kommen kannst. Meine liebe Marlies. Ja? Don't shoot the messenger. Ich bin nur der Botschaftenüberbringer. Also eine ganz, ganz herzliche Umarmung an dieser Stelle an dich. Okay, ihr Lieben. Dann geht es zum nächsten Kommentar. Muss ich kurz raussuchen. Hier. Die liebe Barbara hat, bevor sie das Video angeguckt hat, hat sie hier einen Kommentar noch verfasst. Hallo Jasmin. Es ist der 11.10.20 Uhr 21 und ich werde mir gerade dein Video anschauen. Davor möchte ich noch was fragen oder eventuell eher loswerden. Ich will mich kurz halten, mal schauen, ob ich dies auch kann. Ich komme mit dieser niedrigen Energie nicht klar oder mit diesen niedrigen Energie nicht klar. Nicht, dass ich immer hoch schwinge, das ist normal und ich kann meistens gut damit umgehen. Ich komme mit der 3D-Welt nicht mehr klar. Ungerechtigkeit, Verschwendung, Missbrauch, Angstmacherei, Ausrottung und so weiter. Viele dieser Themen habe ich in meinem Leben schon erlebt und bearbeitet oder sind noch bewusst und mit Freude in Arbeit. Warum bleiben sie stehen? Warum sehen sie die neue und wundervolle neue Welt nicht? Warum haben die Personen da draußen den Wert verloren? Ich stelle mir Fragen. Meine beste Freundin sagt immer wieder, ich sei nicht von diesem Planet. So fühle ich mich auch. Eine Seite von mir kämpft, die andere Seite will nicht mehr. Ich kann diesen Schmerz im Außen nicht mehr sehen und spüren. Wenn ich könnte, würde der Kämpfer in mir jeden kaputt schlagen und der Engel in mir jeden umarmen, bis sie keine Luft mehr bekommen und endlich erkennen, dass wir Personen sind mit einer Seele, Menschen. Ich fühle mich wie der Mond, ein ganzer Stern, Planet und doch nur von einer Seite sichtbar oder eben leer. Und jetzt dein Video. Danke. Meine liebe Barbara, ich bin so bei dir. Ich bin so bei dir. Und tatsächlich habe ich auf diesen Kommentar auch nicht die ultimative Antwort. Ich kann dir nur berichten, wie ich mich selbst tröste in diesen Situationen. Kommt sehr oft vor. Das sind immer diese Momente, wenn mein höheres Selbst und mein menschliches Ich in Konflikt miteinander geraten. Wenn hier Fragen hochkommen, wie warum? Wie kann man nur so sein? Wie kann dies nur geschehen? Wie kann jegliche höhere Macht sowas nur zulassen? Ja, also das sind so Fragen aus meinem menschlichen Ich. Obwohl ich ja andererseits die Wahrheit, also meine Wahrheit schon kenne. Wo das höhere Selbst dann auch widerspricht. Es hat alles seinen Grund. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir unendlich viele Leben haben. Ja, also unsere Seele. Und dass wir immer und immer wieder inkarnieren, um verschiedene Erfahrungen zu machen. Wie ich es auch schon mal erklärt habe in einem Video. Dieses Leben ist für die Seele nur ein Augenblick. Das heißt, wenn dein menschliches Ich jetzt in einem Leben, also ein Leben lang leidet, dann ist dies für die Seele, also aus einer höheren Sicht betrachtet, das sage ich jetzt mal nur, einen ganz, ganz geringen Prozentteil so schlimm, weil es nur einen Augenblick betrifft in dieser Ewigkeit. Weißt du, was ich meine? Und ja, dieser Konflikt ist real. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, manchmal fühlst du dich vielleicht so, als würdest du nicht hier hingehören, weil du hier nichts und niemanden verstehen kannst. Dennoch habe ich hierbei wirklich die Überzeugung, dass alles seinen Grund hat oder dass es einen Grund gibt, warum wir hier sind oder warum du hier bist. Vielleicht hast du eine gewisse Lebensaufgabe in diesem Bereich. Vielleicht ist es sogar deine Aufgabe, Menschen zu führen, andere Menschen anzuführen, also jetzt in diesem Sinne, dass du sie vielleicht begleitest auf ihrem Weg, ihnen gewisse Dinge spiegelst, ihnen gewisse Dinge aufzeigst, damit sie vielleicht andere Entscheidungen treffen können. Ja, meine liebe Barbara, ich hoffe, ich hoffe, diese Erklärung meinerseits konnte dich ein bisschen in den Frieden bringen oder so. Weil, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die öfter mal mit dieser Art Konflikt zu tun haben. Aber das Bewusstsein sagt halt auch immer ein bisschen andere Sachen, als dieser menschliche Verstand, der den Umfang dieser Wahrheit oder dieses Seins gar nicht erfassen kann. Und, ja, es ist ja auch so, dass vielleicht kommst du auch gerne mit genau diesen Menschen zusammen, wo du das alles sehen kannst. Und Menschen, die eben noch nicht auf ihrem Lebensweg sind oder noch nicht in diesem Bewusstsein angekommen sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat seine Berufung. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch Teil deines Lebenszweckes, diese Menschen in irgendeine Richtung zu begleiten oder ihnen einen gewissen Weg aufzuweisen. Herzlichen Dank, liebe Barbara, für deinen Kommentar. So, meine Lieben, starten wir mit dem Anima Reading. Ich werde mir jetzt erst mal die Karten abholen, verschafft mir einen kleinen Überblick und dann hole ich euch wieder dazu. Und wir starten in die Legung. Bis gleich. Wow, krasse Energie, meine Lieben. Es geht hier um eine Situation, die auf euch zukommen wird. Eine Situation, wo man vielleicht nicht sofort weiß, wie es gemeint ist, wie es weitergeht. Es kann jetzt natürlich eine Situation sein oder eine Person oder eine Situation mit einer Person. Schaut mal bitte, es liegt so noch ein bisschen in der Zukunft. Bei den einen oder anderen ist es natürlich aktuell. Ihr wisst ja, Zeit ist fließend. Es geht hier darum, einen Schritt zu gehen in der Zusammenarbeit. Gewisse Samen zu sehen. Okay? Bitte reinspülen, es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wie immer. Es gab hier eine gewisse Ruhephase in einem Teil von euch. Okay, das muss jetzt nicht jeden Lebensbereich oder euch komplett betreffen. Aber hier war eine Situation oder ein gewisser Part in einem Schlafmodus. Und dieser Part möchte jetzt wieder geweckt werden. Hier möchten Samen gesät werden für die Zukunft, für das Kommende. Ihr wisst ja, ich schaue nicht gerne so weit in die Zukunft. Aber diese Botschaft ist ein ganz klarer Hinweis darauf. Achte jetzt schon gut darauf, was du denkst, was du fühlst, was du tust. Denn das ist der Weg, den du wählst. Und dieser Weg hat natürlich oder zieht natürlich auch wieder seine Konsequenzen nach sich. Die Entscheidungen, die du jetzt triffst, ist natürlich immer so, auch im Grundsatz. Es ist auch immer so, dass du dich immer neu entscheiden kannst. Natürlich. Aber hier geht es anscheinend um eine wichtige Sache, um eine wichtige Situation oder Person in deinem Leben, die demnächst auf dich zukommt. Du brauchst jetzt auch überhaupt jetzt nicht schon in die Zukunft spinnen und sagen, oh, was könnte das sein und pipapo. Es ist jetzt nichts Dramatisches. Es ist nur etwas, was dich auszeichnet. Es ist etwas, wodurch du entscheidest, ob du in deinem Bewusstsein höher trittst, eine Stufe höher gehst oder ob du hier noch verweilst. Also so oder so. Es ist nichts Dramatisches. Situationen vielleicht, ich habe gerade von diesem Teil in dir gesprochen, der in einer Art Schlafmodus war, der sich vielleicht nicht mehr gespürt hat, nicht mehr die Lebensfreude, vielleicht nicht mehr wirklich und allumfassend am Leben teilgenommen hat. In welcher Situation auch immer. Dinge, wo du die Aufmerksamkeit eher in eine andere Richtung hast. Okay. Also das sind jetzt, hier sind Energien aus der Vergangenheit. Hier ist ein gewisses Muster abgezeichnet. Und genau mit diesem Muster auch oder mit diesen Situationen wirst du jetzt auch demnächst wieder konfrontiert werden. Und das ist das, was sich hier zeigt, wo du nochmal genau die Gelegenheit bekommen wirst, dir das anzuschauen und dir vielleicht auch die Frage zu stellen, wo stehe ich hier? Das kann damit zu tun haben, mit auch Neid- und Eifersuchtsthemen natürlich, ja. Und egal wie spirituell du bist und ob diese Energien jetzt bewusst oder unbewusst in dir schwingen, spielt überhaupt keine Rolle. Weil ich glaube, wir als Menschen sind mit diesen Energien immer irgendwo konfrontiert, ob bewusst oder unbewusst. Und wir arbeiten dann auch damit, ob bewusst oder unbewusst. Also Situationen, wo du damit konfrontiert wirst, was im Außen geschieht. Auch was dieses Außen mit dir im Innen anstellt. Wenn du möchtest, reflektiere dich. Untersuche diese Situationen. Analysiere diese Situationen. Natürlich meine ich hierbei mit Analysieren aus deiner Intuition raus. Also wenn du hier jetzt anfängst, in diesen Energien mit dem Verstand ranzugehen, ich glaube, du verrennst dich hier in eine Schleife rein, das ist fast nicht machbar. Weil das hier sind Energien, die sind auf dein Wachstum ausgelegt. Und da muss ich sagen, da kommt der Verstand nicht mit, egal wie intelligent wir sind, egal wie schlau wir sind. Das ist immer so meine Lieblingsenergie, wo ich ganz genau weiß, an einem bestimmten Punkt schaltet sich dann der Verstand ein. Beziehungsweise, nee, ich glaube, erst mal kommt so das Ego mit rein. Weil Ego hat Angst vor diesem Wachstum und versucht dich irgendwie dann zurückzuziehen. So, ey, nee, ist doch ganz cool hier, wo wir gerade stehen. Und leide lieber vor dich hin oder bleib lieber in deinen alten Zyklen gefangen oder, oder, oder. Ja, und das Bewusstsein kennt aber den Weg, deine Intuition kennt den Weg. Und deine Seele bringt dich voran und das Ego will dich dann noch zurückhalten und festhalten. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist hier, es ist so ein bisschen wie eine Art innerer Kampf, innerer Krieg, innerer Konflikt. Vielleicht sogar auch in Bezug, wir passen schon wieder, den Kommentar von der Barbara, den ich vorhin gesagt habe, so dieser Konflikt zwischen dem menschlichen Ich und dem höheren Selbst. Wahnsinn, hat schon wieder seinen Grund, dass ich die zwei Kommentare hier für das Anima-Reading vorgesehen habe. Entscheidungen, die auf dich zukommen, Entscheidungen, die du auch ganz bewusst treffen darfst. Nicht aus einer Situation raus, was vielleicht jetzt gerade der leichtere oder schmerzfreiere Weg wäre, sondern wirklich auch in dieser Energie, welchen Wolf füttere ich? Auf welche Seite stelle ich mich? Ja, stell dir vor, du stehst, du machst einen Waldspaziergang und du stehst vor einer Weggabelung. In der einen Richtung, auf der einen Seite geht es in die Dunkelheit, das sieht gespenstisch aus. Du kriegst ein komisches Gefühl in der Magengegend und du denkst dir nur so, oh, da bringen mich keine zehn Pferde lang. Und der andere Weg, der ist so hell und so friedlich mit Vogelgezwitscher und keine Ahnung. Und das ist eigentlich so eher dieser Weg, wo du dir denkst so, ja, ich bin dann mal weg, ne? Aber was steht hier oder was erwartet dich hier am Ende des Weges? Und hier darf ich wirklich sagen, also wenn ich einen Tipp geben darf, nimm diesen Weg in die Dunkelheit, weil der bringt dich nämlich an dein Ziel. Der Weg hier in dieses Licht, der vermeintlich leichte Weg, da kommt vom Gefühl her nur eine Art Ablenkung. Ja, so wie dieses Ego-Denken, so bleib lieber mal hier, bleib in der Komfortzone. Hier ist es doch gut, hier ist es doch schön, hier ist es doch gemütlich. Ja, die Dunkelheit ist ungemütlich, aber sie hält das größte Potenzial für uns bereit. Und damit können wir alles haben, alles erreichen. Also quasi du entscheidest hier für dich innerhalb dieser Weggabelung, Welche, welche Ziele du erreichen kannst, welchen Wolf du fütterst. Gehst du mit der Angst, mit deinen Zweifeln oder stellst du dich den Situationen, stellst du dich den Gefühlen? Und ihr Lieben, das hat jetzt auch überhaupt nichts mit Stärke zu tun, mit Schwäche zu tun oder mit Feigheit. Ja, das ist eine Sache, die darf jeder für sich entscheiden. Die Energie ist jetzt aktuell so, dass sie besonders unterstützend wirkt. Natürlich kann man hier aber auch den Kopf in den Sand stecken und wird dafür nicht verurteilt, weil diese Gelegenheit wird so oder so, wenn es dein Reading ist, wenn es dein Weg ist, wird diese Gelegenheit so oder so wieder auf dich zukommen. Weil das ist ein Zyklus quasi, der abgeschlossen werden möchte. Also mach dir keine Gedanken darum, wenn du sagst, ich packe das momentan nicht, ich schaffe das momentan nicht. Es ist alles gut. Und verurteile dich auch nicht dafür. Es gibt ganz viele Situationen, wo besonders hochspirituelle Menschen denken, ich muss das jetzt aufarbeiten, ich muss das jetzt heilen, ich muss mich jetzt darum kümmern. Und alles andere spricht aber dagegen. Man ist halt einfach auch mal kaputt und man ist auch mal fertig. Und nein, es gibt absolut keinen Zwang und keinen Druck, dass man sich zu jeder Zeit, in jedem Augenblick diesen Themen, diesen Herausforderungen, diesen Prüfungen stellen muss, ihr Lieben. Bitte, bitte nehmt euch da den Druck raus. Ich verstehe es, ja, ich kenne diesen Druck. Natürlich ist es auch besser, wenn man von der Schule heimkommt und die Hausaufgaben gleich erledigt und danach ist dann der Rest alles Freizeit. Ja, das kann der beste Weg sein, muss es aber nicht. Es darf immer noch jeder für sich selbst entscheiden. Und mir bei ist hier besonders wichtig zu betonen, Nimm für dich bitte den Druck raus. Es gibt hierbei kein Druck, weil Druck erzeugt nur Widerstand. Ich muss immer mal wieder ein bisschen kurz innehalten, weil nicht, dass ich irgendwas von diesen wichtigen Botschaften übersehe auszusprechen. Okay, nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich habe vorhin gesprochen von Neid und Eifersucht. Kannst du dich freuen? Kannst du dich aufrichtig freuen über etwas, über jemanden, ob diese Situation jetzt dir selbst widerfährt oder einem anderen Menschen? Egal wer dieser Mensch ist, egal was dieser Mensch dir angetan hat. Also, bitte nicht falsch verstehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich jetzt nicht im Allgemeinen freuen kannst für irgendwen anders, wenn der irgendwas erreicht oder irgendwas bekommt. Das meine ich nicht. Die Frage ist nur, da ist so eine Stelle in dir, wenn du damit in Resonanz gehst, die fängt hier an zu kämpfen. Und wenn es auch das ist, dass du dir vielleicht selbst sagst, oh, ja toll, das habe ich jetzt erreicht, also wenn es dich persönlich betrifft, das habe ich jetzt erreicht, aber hey, eigentlich hätte ich es auch besser machen können. Ja, merkst du das? Da baut sich hier wieder Druck auf. Oder auch, wenn es sich vielleicht um eine andere Person handelt, dass du hinsiehst, diese Situation und wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst ja spirituell sein, wie du möchtest und bewusst sein, wie du möchtest. Es kann doch in dem einen oder anderen so ein Plätzchen geben, wo hier doch auch Neid und Eifersucht raufkommt. Und in diesem Sinne ist das absolut nichts Schlimmes, Schlechtes oder Böses, sondern einfach nur hier wurde ein Knopf gedrückt. Das ist ein Triggerpunkt, mit dem du dich beschäftigen darfst. Also, nochmal zurück zum Beispiel. Jemand bekommt etwas oder erreicht irgendetwas, schafft etwas und du denkst dir so, aber ich habe doch die gleiche Leistung erbracht, vielleicht sogar noch mehr geleistet, vielleicht habe ich hier noch mehr Herzblut reingesteckt, noch mehr Blut, Schweiß und Energie. Warum habe ich das jetzt nicht geschafft oder erreicht? An dieser Stelle darf ich erwähnen, es liegt nicht daran, wie sehr du dich angestrengt hast, nur manchmal ist es so, dass etwas noch Höheres für dich bestimmt ist. Das heißt, halte dich nicht auf mit irgendwelchen Gedanken, Gefühlen oder Impulsen eventuell, die möglicherweise aus dem Ego oder vom Ego hervorgerufen sind, aufgrund irgendwelcher Ängste und Zweifel hervorgerufen durch vergangene Situationen. Ihr Lieben, das, was ich jetzt sage, ist alles in Bezug auf das, was auf euch zukommt, beziehungsweise was vielleicht jetzt schon da ist. Schau, dass du hier in deinem Frieden bleibst, in deiner Mitte und vor allem natürlich in deiner Selbstfürsorge, in deiner Selbstfürsorge und in deinem Selbstvertrauen, stell dich hierbei an die erste Stelle, nicht, dass du über irgendetwas drüber stehst, sondern einfach nur, dass du erkennst, wie wichtig du selbst bist für dich und dass dein Weg für dich wichtiger ist, als alles andere, was du im Außen siehst. Und ob das jetzt deinen Partner betrifft, deinen Wunschpartner, Familienmitglieder, dein freundschaftliches Umfeld oder deinen beruflichen Bereich, spielt keine Rolle. Meistens spiegelt sich das in verschiedenen Bereichen oder in mehreren Bereichen wieder. Du entscheidest auch hier immer wieder neu. Ob du dich in der Dunkelheit aufhältst, in den negativen Energien, in der niederen Schwingung oder ob du dich der höheren Schwingung annimmst. Und auch hier wieder, sorry, ich muss mich wiederholen, weil ich weiß, wie es ist, wenn sich das Ego einmischt und wenn man sich dann selbst wieder fertig macht. Es ist okay, sich auch in der niedrigen Schwingung aufzuhalten. Wir sind Menschen. Natürlich ist unser Weg quasi nach oben, Stufe für Stufe in unserem Bewusstsein. Aber deswegen sind wir keine Maschinen. Wenn wir so agieren würden, dann wäre die ganze Spiritualität wieder komplett hinüber. Okay? War hierzu noch irgendwas? Die Urteile über sich selbst und auch das Urteilen nach außen überprüfe erst. Versuche erst, dich in die Balance zu bringen und dann überdenke dieses Urteil nochmal. Was haben wir unter dem Deck? Das, was ich vorhin ganz am Anfang schon angesprochen habe. Hier haben wir so viel Potenzial des Wachstums, das über sich hinauswachsen, in dieser Situation, die auf dich zukommt oder eben Situationen in jeglichem Lebensbereich oder eben ein Mensch, eine Person, die hier auf dich zukommt und die dir dies alles spiegelt oder dies alles in dir antriggert. Vergiss bitte hierbei nicht, du bist nicht alleine auf deinem Weg. Es kann dir auch gut sein, dass du eine, zum Beispiel vielleicht bist du schon in einer gewissen Gemeinschaft drin, ja, Gemeinschaft von Gleichgesinnten, entweder im Freundeskreis oder irgendeine Facebook-Gruppe oder hier auf YouTube irgendeine Community oder dergleichen, wo du dich einfach austauschen kannst. Such dir gerne Gleichgesinnte, mit denen du deine Empfindungen teilen kannst. Wo du vielleicht auch mal zu jemandem hingehen kannst und sagen kannst, ey, sag mal, ich habe gerade eine Phase, ich bin auf alles und jeden eifersüchtig und neidisch und pipapo. Kennst du das? Hab keine Angst dafür, verurteilt zu werden, ja, weil ich meine, wenn du hier mit einer vermeintlich hochspirituellen Person sprichst und die dich daraufhin sofort verurteilt und oh mein Gott, wie kannst du nur Neid und Eifersucht empfinden, dann würde ich mir dabei echt überlegen, ob diese hochspirituelle Person auch wirklich so hochspirituell ist. Okay? Oh, das war jetzt, das war jetzt richtig böse von mir, ne, aber, oh, ja, das ist die, ist die Stachelenergie. Ich gucke gerade, ob noch irgendwas mit möchte oder ob es Zeit ist für die Seelenbotschaft, ja, 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 Seelenbotschaft, die Göttinnenkarten für meine lieben Animas. Wir lieben, die Energie in diesem Reading ist so interessant, weil einerseits wirbelt es tiefliegenden Dreck auf, andererseits legt es so einen, so einen heiligen Frieden auf uns, ja, das, wie ich vorhin gesagt habe, so, dieser innere Konflikt, wahrscheinlich so, dieses Brodeln aus der Tiefe des menschlichen Ichs und dann das höhere Selbst, wo sagt, hey, alles gut. Selbstbewusstsein, Weisheit, die Kraft aus dem Inneren, die Stärke, ja, für die einen oder anderen wird es eine große Herausforderung sein, eine große Prüfung, eine, vielleicht eine herausfordernde, fordernde Zeit, die ein paar Wochen andauern wird. Wir haben die Nummer 35, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe, diese Energie bringt mich ganz durcheinander. Pass auf dich auf, pass auf dich auf, in dem Sinne von achte dich. Achte dich, egal, was im Außen geschieht und egal, was ein Teil in dir, meistens aus dem menschlichen Ich, so Richtung Ego, Ängste, Zweifel, was dieser Teil dir weismachen möchte. Die Mondenergie haben wir auch drin, mit der Nummer 16. Die Initiative, wünsch dir was und mache dir Pläne. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist die Zeit, Samen zu säen. Samen auch, die gewisse Wünsche betreffen, gewisse Ziele betreffen, die vielleicht jetzt noch gar nicht im Feld stehen, aber wo du einfach weißt, das ist der Plan, das möchte ich erreichen und egal, welche und wie viele Steine sich mir noch in den Weg legen, ich werde darauf balancieren und ich werde mein Ziel erreichen, was es auch sein mag. Ihr Lieben, ich schweldige jetzt noch ein bisschen in diesem Frieden und in dieser Aufruhr zur gleichen Zeit. Ich sage wieder von Herzen Dankeschön fürs Dasein. Bis zum nächsten Mal. Dasein. Untertitelung des ZDF, 2020